Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Sie haben alles gefährdet, wofür wir gearbeitet haben. Sie haben niemanden, der Henry Brogan ausschalten kann. Germinal wird das jetzt erledigen. Wer bist du? Ich will dich nicht erschießen. Schön, aber ich erschieße dich. Ich kenne den perfekten Agenten. Er kannte einfach jeden Schritt von mir, bevor ich ihn machte. Wer ist er? Ich weiß jetzt, wieso er so gut ist wie du. Er ist du. Germinal spielt mit der DNA Gott. Wie ist sowas überhaupt möglich? Wenn Sie in der Lage sind, einen Menschen zu klonen, wieso klonen Sie nicht Nelson Mandela? Nelson Mandela hätte keinen Mann in einem fahrenden Zug aus so einer Entfernung töten können. Es gibt so viele, die mich eben jagen können. Warum schickt er ausgerechnet dich? Ich bin eben der Beste. Nein, bist du nicht ganz offensichtlich. Siehst du denn nicht? Wie schlecht es mir geht. Keiner zweifelt. Er muss sterben. Sieh uns an! Er hat dich angelogen. Die ganze Zeit. Lass mich durcheinander bringen. Hey! Ich will dich retten, du Idiot! Wenn jemand tatsächlich wissen würde, was wir wirklich sind. Is you ready?